Ja, ich habe eine Frage erhalten von Petra und sie sagt, dass immer wenn sie sich mit anderen Menschen trifft, sie das Gefühl hat, dass sie Energie verliert und was sie denn dagegen tun kann. Und das höre ich sehr oft von spirituellen Menschen, gerade die, die zum Beispiel auch im heilerischen Bereich arbeiten oder auch eben intuitiv und somit sehr viel zu geben haben. Und was diese Menschen oft vergessen ist, auf Empfang zu gehen. Sie sind also permanent in diesem Geben-Modus und vergessen auch empfänglich zu sein. Und da kann uns die Göttin Hathor unterstützen, die Göttin der Empfänglichkeit, die eben den Rat hat, uns zu erlauben, auf Empfang zu gehen. Und insbesondere auch, wenn wir uns mit anderen Menschen treffen, dass wir uns dann den göttlichen, kosmischen Kräften ganz bewusst öffnen und permanent in Empfang sind. und diesen Gedanken loslassen geben zu müssen. Ja, viel Freude dabei.